AC Wohnen ist ein Bauträger, Immobilienmakler und Immobilienberater mit hauptsächlich Niederösterreich-Nordost-Fokus, aber auch ein bisschen WI. Unsere Hauptverbindung zum DAKIC ist die Ortschaft Gensandorf. Die Lebensqualität in so einer kleinen Stadt ist natürlich maßgeblich durch die Kultur und durch lokale Initiativen geprägt. Und wenn wir da gefragt werden, was zu unterstützen, vor allem wenn es Kunst ist oder Kleinkunst und auch Konzerte und lokale Veranstaltungen, dann ist uns das ein ehrliches und echtes Anliegen und das unterstützen wir dann immer gerne. Selber bin ich kein großer Kulturschaffender oder habe auch ganz wenig kulturelles Talent. Ich kann eigentlich nur so ein bisschen Dinge ermöglichen und kann maximal, also das Einzige, was ich kann, ist Stereoanlage und Excel. Sonst kann ich, ich kann es einfach wirklich nicht.